Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Verpackungen, das Verpackungsmaterial steht in letzter Zeit wieder vermehrt unter Beschuss. Zum Teil sicher mit Recht, zum Teil aber auch unbegründet. Man darf nämlich nicht vergessen, dass ohne Verpackungslager der Produkte, der Transport in die Läden der Schutz vor Beschädigung und nicht zuletzt das Anbringen der vielfältigen Informationen und leider auch das Verhindern der Diebstähle nicht möglich wäre. Die Industrie und der Handel haben allerdings zusammen mit den Konsumentinnenorganisationen grosse Anstrengungen gemacht und das Verpackungsvolumen stark verringern können. Bei GOP befasst man sich schon seit Jahren mit ökologischen Problemen und hat eine ganze Reihe von Zielsetzungen zu der GOP Ökoplan Philosophie zusammengefasst. Musik Die Produkte und die Verpackung mit der Umwelt in Einklang bringen. Das ist der Kernsatz der GOP Ökoplan Philosophie und bis heute finden Sie dann auch schon eine grosse Zahl von Produkten in unseren Läden, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Das heisst, dass alle diese Produkte umweltverträglich produziert wurden und dass die Verpackung für die Umwelt so wenig Belastung wie möglich bringt. Als Beispiel erwähnen möchte ich die kompostierbaren Eierschachteln, Mehrweg-Petflaschen bei den Süssgetränken, Beutel statt Schachteln oder Dosen bei den Müsli und Cornflakes und bei den Sofortgetränken. Dazu kommt die Katzenvollnahrung von Cha-Cha-Cha, die jetzt nicht mehr in der Nalu-Schale, sondern im Schlauchbeutel angeboten wird. Die neuen Schlauchbeutel belasten die Umwelt im Vergleich zu den alten Verpackungen rund dreimal weniger. Sie können sich also gut selber ausrechnen, was da im Verlauf der Zeit eingespart werden kann. Sie selber haben ausserdem die Möglichkeit, das Packungsvolumen zu verringern, wenn Sie unsere Nachfüllpackungen berücksichtigen. Als Beispiel wäre eine gute Gelegenheit der lösliche Jubilor-Kaffee, die neben dem Glas auch im Nachfüllbeutel erhältlich ist. Und von den grünen Packungen jetzt zu den grünen Schnäbeln. Es geht um die Nachwuchssportler des Jahres und um ein besonders beliebtes Getränk. Achtung, Achtung, Mitteilung an alle! Apfelsaft! Apfelsaft sucht den besten Grün-Schnabel der Saison! Im Fussball und auch im Eishockey! Grün-Schnäbel sind alle Spieler, die ihre erste Nazi-A-Saison spielen! Wählen Sie den besten Spieler zum Grün-Schnabel des Jahres! Voller Kraft mit Apfelsaft! Apfelsaft! Apfelsaft ist die Woche übrigens bei uns zum Aktionspreis erhältlich. Es lohnt sich also zuzugreifen, auch wenn man nicht Nachwuchssportler des Jahres werden will. Midi ist Ihnen sicher bekannt als Marke für feine Konserven und fruchtige Konfitüren. Von Midi gibt es aber auch praktische und abwechslungsreiche Fertiggerichte. Das ist mein Tranchiermesser für die Bröte. Das ist mein Lachsmesser. Das ist mein Gemüserrüstmesser. Das ist mein Messer, um den Schigo auszubeineln. Und das ist mein Messer für Böfstroganov, Chicken Curry, Coco, Vend, Troutang mit Mörgeln oder Schnetzels nach Jägerart. Mit dem mache ich nämlich die Schale auf von Midi Le Menü. Midi Le Menü von Gobe. Und wenn Ihnen die Fertiggerichte von Midi noch zu wenig Convenience bietet, wie es in der Fachsprache so schön heisst, ja dann gibt es nur eines ab ins nächste Gobe-Restaurant. Dort gibt es nämlich die Woche neben vielen anderen kulinarischen Genüsse, eine Portion Spaghetti alla Raviatta für nur 7 Franken. Weitere Angebote zum Sparren zeigen wir Ihnen jetzt wie jede Woche in einer Übersicht. Ein Kilo Kiwi aus Neuseeland kostet bei Gobe nur 3,60 €. Ein Liter Obstsaft frisch ab der Presse gibt es für nur 80 Rappen. Schweizer Raclette-Käse im 800-Gramm-Block kommen Sie über für nur 1,40 € pro 100 Gramm. Und die Hextar Kinderjeans kostet nur 19 Franken. Die passenden Jacken aus Polar-Flies gibt es für nur 49 Franken. Und noch zum Preisabschlag, Midi-Confitüren, Aprikosen und Quitteschle kosten von jetzt an nur noch 1,80 €. Mit gezielter Ernährungsinformation leistet das Team der Gobe Ernährungsberatung einen Beitrag ans gesündere Essen. Aktuelle Ernährungsprobleme werden unter dem Motto «Essen». Gobe denkt weiter, regelmässig unter die Lupe genommen und in einer Broschüre in allen Gobe-Bleden gratis verteilt. Mit dem neuesten Poster, der Schlaraffenpyramide, macht das Auswählen beim Einkaufen noch mehr Spass. Die Basis machen die Getränke. So viel wie Sie wollen. Dann zu jeder Mahlzeit oder zwischendurch Gemüse und Früchte. Die Beilage aus Getreide gehört zu jedem Essen. Von Fleisch, Hülsenfrüchten und Milchprodukten wählen wir eine kleinere Portion. Und noch weniger von Fett, Öl und Süssigkeiten. Die Gobe-Scharaffen-Pyramide können Sie gratis bestellen bei Ernährungsberatung Gobe Schweiz in Basel. Das war es für heute. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf Wiedersehen. Du bist bist plugged aber dabei. Danke. Danke. Danke.